Dieses zu erwerbende Renovierungsbedürftige 13 Zimmer Mehrfamilienhaus liegt im Rhein-Sieg-Kreis. Das Gebäude verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Es hat 5 Schlafzimmer und 5 Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 432 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 272 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis beläuft sich auf 290.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.